Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Diamant Nasslock Challenge. Im letzten Part ist folgendes passiert und zwar eigentlich kaum was. Wir haben ein paar Träne hier besiegt, denn wir sind ja auf dem Weg zum Seer-Stärkung-Flupe auszuhelfen im Kampf gegen Team Galactik. Und hier ist einfach eine mörderlange Schneeroute und hier ist es so unglaublich schnell, wenn wir hier durch den tiefen Schneestiefeln. Uiuiui, ich geh mal kurz hier rein. Hier waren wir aber schon, ne? Warte mal. Hier war vorher eine Frau, die hat uns ein Banziger gegeben. Warum ist die jetzt weg? Die war damals schon so komisch, irgendwie geisterhaft. Und jetzt ist die ganz weg? Jetzt habe ich echt Angst. Okay, jedenfalls haben wir ein paar Träne besiegt und wir haben hier auch unseren Encounter gefangen und zwar ein Schneebedöck. Aber naja, Schneebedöck werden wir wahrscheinlich eh nicht benutzen. Ich schaue mal kurz hier links rüber. Hier gibt es noch so viele Tränen, Leute, und so viele Items noch. Wir sollten aber heute wirklich... Oh, Form 8-Karakstall. Schön, dass ich den noch finden. Gut, dass ich den Teil jetzt nicht irgendwie besprochen habe. Denn wir müssen noch so viel hier eigentlich sehen. Guck dir das mal an, hier ist noch ein Item. Mitten im Schnee versunken. Und noch was. Eine schöne Attacke hier. Hagelsturm brauchen wir auch nicht, aber egal. Wir haben so viele Tränen da zu machen hier eigentlich, aber ich habe keinen Bock dagegen, weil wir jetzt schon so lange hier auf dieser Route rumhängen. Also wollen wir ehrlich sein. War unverlauern. Versteht ihr euch? Ja, jetzt habe ich die gefunden. Okay. Und eine Frosttaufel auch noch hinterher. Das ist ja nett. Das schenkt uns vielleicht quasi zwei Sachen. Um Zeit und Raum einen miteinander zu vereinen, wurden die drei Wesen geboren. Oh. Können wir jetzt besser, wenn wir Antike ausrechnen. Ja. Uiuiuiuiui. Ist das schon mal sehr cool. Im wahrsten Sinne. Es ist verdammt kalt hier. Oho. So. Ähm. Geht ihr mir jetzt aus dem Weg kommen? Diesen Einkampf machen wir noch. Ein bisschen... Hallo? Na? Geht doch. Ein Part geht nämlich hier um das zu machen. Wir werden heute irgendwie durchkommen. Definitiv. Ich fahre seit meinem fünften Lebensjahr mit dem Pokémon Ski. Und das ist zwar lebensgefährlich, aber es ist mir komplett egal hier im Schnee. Also es ist deswegen so lebensgefährlich, weil hier so ein harter Schneesturmturmt. Und eigentlich ist es total unlogisch, dass wir in so einem harten Schneesturm überhaupt Skifahrer sind. Und wenn ich es schon mit dem fünften Lebensjahr gemacht habe, dann... Okay. Meryl sogar. Da kann ich ja sogar Present was machen. Da freue ich mich. Ich komme die Töne nicht hoch. So, Present. Das kriege ich aber auch alleine hin hier. Meryl ist hier noch ein ganz normales Wasser-Pokémon. Keine Fee. Ach, den Typen. Wo ist das Ding, den ich nicht mehr gibt? Der... Also, den hier noch nicht gehabt. Der ist ziemlich stark. Wasserregel. Ich hoffe, ich kann die Hohen hiten. Das wäre sehr schön. Und der Hagel auch noch. Damit kann er quasi den Schaden durch den Hagelsturm wieder regenerieren hier. Das ist ja auch ziemlich praktisch. Okay, Hagelsturm, Schaden und Wasserregel Heilung. Ja, das passt ja irgendwie. Na gut, dann würde ich sagen, einmal mega saugen. Und weg ist das Meryl. Hoffe ich mal, oder? Das wird vielleicht kein 100 sein. Da würde ich jetzt gerade mal nicht. Wenn wir jetzt ein Level höher... Meryl's Spezialverteidigung ist jetzt nicht so gut. Ist gleich zum 100, sehr schön. Weil es ein Crit war. Okay, jetzt können wir uns leider nicht messen. Na gut, egal. Es reicht auf jeden Fall, um mich wieder komplett hoch zu sein. Hat sich doch gelohnt. Das ist doch sehr schön. Hier noch ein paar Erfahrungspunkte. Und da auch noch ein paar. Sehr schön. Ich denke mal, Patsy wird irgendwann ein sehr guter Supporter. Ich habe noch nebenbei vergessen. Wir haben ja auch die Tarnsteine bei uns im Inventar. Die können wir ihnen nämlich auch beibringen. Ich glaube, die Tarnsteine können gar nicht so praktisch sein hier. Da werden wir mal schauen. Inventuell würde ich sogar in diesem Aspekt bevorzugen, Barty im nächsten Arena-Kampf einzusetzen. Weil die Tarnsteine können da sehr, sehr gut weiterhelfen, glaube ich. Da müssen wir mal sehen. Da bin ich sehr gespannt. An das kann ich mir denken. Bronzo wird generell ganz gut sein. Und vor allem, ich bin nicht nur wegen Bronzo vor. Ich bin nicht nur wegen Shiro. Die beiden werden sich auch bald entwickeln. Ich habe nochmal nachgeguckt. Meti auf Level 37 und Bronzo sogar schon auf Level 33. Schon recht früh also noch. Oh Gott, Metronom, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Armstoß, okay, das ist kein Problem. Daran kann ich leben. Solange es jetzt keine K.O. Attacke wird. Obwohl, die würde eh nicht treffen, weil wir ein Level höher sind. Aber sonst anderer Scheiß, der jetzt gekommen wäre, wäre jetzt auch ziemlich blöd gewesen. Na gut. Bam, bam, bam. Na gut, na gut. Da freue ich mich schon. Denn Meti, wenn es zu Militär ist, ist ein so wichtiges Mitglied dann. Denn dann hat es so einen starken Movepool. Wir müssen dann dringend zurück nach Weideburg reisen. Denn dann kannst du die ganzen Element Punches lernen. Das soll heißen, Donnerschlag, Feuerschlag, Eishieb. Die kann es alles lernen als Militalis. Das wird so hammer episch, Leute. Was wäre da für eine geile Coverage haben. Auf alle mit diesem geilen Angriff, mit der Fähigkeit Mentalkraft, wie sie heißt. Das ist so episch, Leute. Gut, dass wir eben Metals dann haben. Erdanziehung von dem Pipi. Oh mein Gott. Jetzt stelle ich mir mal vor, ich tagelte ja gerade. Und mit der Erdanziehung, wir müssten ja total erschlagen werden eigentlich. Von der Logik her müssen wir jetzt einen doppelten Scham durch den Hagel bekommen. Bei Erdanziehung. Das müssen wir richtig wehtun. Bei doppelter Erdanziehung. Ein Hagelsturm. Oh mein Gott. Bloß nicht. So, Sputball kann ich auch mal einsetzen. Ah ne, du bist ein Normal-Pokémon hier. Fuck. Ich dachte, du wärst eine Fee. Bin nicht blöd. Und kostet mir Kraft. Das war ja ganz klasse. Da muss ich mich erstmal wieder an die viele Generationen gewöhnen. Du bist ja hier keine Fee mehr. Oder noch keine Fee, besser gesagt. Ah, bin nicht blöd. Ich wollte gerade AP sparen eigentlich. Sonst habe ich da stattdessen einen AP eigentlich verschwendet. Ich kann noch ein bisschen Schaben. Auch. Ist das nicht toll? Oh Mann. So, weg mit dir. Ja, da freu ich mich, wenn so ein Team wieder vollständig ist. Quasi. Also mit vollentwickelten Pokémon. Dann wird Chiro ein richtig wichtiges Mitglied sein. Muss ich ehrlich sagen. Und auch Barzi. Das wird ein ziemlich cooler Supporter sein mit Tarnstein. Dann würde ich ihn auch gerne echt mehr in der Arena einsetzen. Nicht unbedingt im Arena-Kampf, aber vielleicht sogar in den Kämpfen bei den gegnerischen Trainern. Oh, erwarte. Was? Ja, du bist besiegt worden. Genau. Das wäre schon mal ziemlich interessant, dass ich da mal Barzi bereits einsetzen kann. Oh, das ist ein... Ein Dings-Kämpfer. Ich dachte, da werde ich mal Franz einsetzen, oder? Obwohl, ich habe eine Masse Angst, weil die ganzen Kampfpokke und Gesteinsattacken beherrschen. Obwohl ich das scouten kann, natürlich, mit unserem Schutzschild. Aber das ist mir trotzdem zu heikel, weil dann muss ich wieder irgendwas reinwechseln. Das ist total blöd eigentlich. Fange ich jetzt mit Franz an? Ich fange mal mit Franz an. Ich werde es bereuen, glaube ich, oder? Oh, Mann. So, Franz, du machst das jetzt. Gegen den Karate-Kämpfer da drüben. Das sehe ich ja schon. Döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp. Hat er extra auf mich gewartet. Das sehe ich schon. Und ich glaube, wir sind schon am Ende der Route. Kann das sein? Um meine Gewandtheit zu verbergen, trage ich nur leichte Kleidung. Da will Gewandtheit verbergen. Okay, ich dachte, man ist jetzt was anderes. Egal. Du musst eigentlich hier draußen erfrieren. Vor allem, wenn du barfuß hier rumläufst, Koya. Alter Schwede, die Bunkel. Damit kann ich doch jetzt recht leben. Du sollst keine Gesteinsattacke beherrschen, eigentlich, oder? Bin ich so der Meinung? Ich hoffe, ich bin schneller. Dann könnte ich der möglichen Angeberei entkommen. Das wäre sonst nämlich ziemlich blöd. So, Franz. Du kannst doch wohl ein Pokémon, was zwei Level höher ist, locker one-hitten, oder? Flieg dich zum Sieg. Oh ja, wir sind schneller. Das ist gut, was macht die Bunkel jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Giftattacke? Ne, Angeberei. Ha, da wäre sie gekommen. Ich habe sie predicted, Leute. Ich habe ein CPU gelesen. Na gut. Was sollst du? Das kann weiter hageln. Das ist sehr schön. Du kriegst erstmal Schaden hier natürlich auch. Aber fliegen sollte eigentlich schon ausreichen, oder? Ist zwar eine Fisch-Attacke. Unser Fisch-Angriff ist nicht so hoch, aber... Sehr viel Tief. Und Step. Komm schon, Franz. Das kriegst du doch wohl hin, oder? Na ja, wunderbar. Sehr schön, Franz. Ich bin stolz auf dich. Das hast du sauber gemacht. So, was kommt als nächstes? Kommt jetzt sowas wie Maschock oder so. Das wäre nämlich nicht so schön. Dumm. Der ist schön hochkalt. Bam, badabadum. So, und Bart trägt auch noch ein bisschen was. Und Level 29. Der ist sehr schön. Diese Boost-Leute. Als Bronzer wird es doch um einiges besser sein. Das sage ich jetzt schon mal. Da kann ich ihm auch Tarnsteine beibringen, eigentlich. Als TM. Das wird dir schon extrem lohnen, glaube ich. Oh, nix. Das muss ein Onix hier bei dir, okay. Soll ich das Risiko eingehen? Oh, komm. Ein Serfer muss ein One-Hitten. Der trifft auch zu 100% und ich bin auch zu 100% schneller, eigentlich. Also, das muss reichen. Diese Gesteinsattacke würde verdammt wehtun, das weiß ich. Aber, komm. Wollen wir ehrlich sein? Das schafft Franz alleine. Das ist ein One-Hit. Locker. Locker, 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 locker. Ja, wahrscheinlich gerade zwei Unexplosite, kann das sein. Und das sollte auch, ja, fast reichen, um mich voll zu heilen. Und wieder schön viele Erfahrungspunkte. So sehe ich das gerne. Ich habe schon übrigens mal in den Arena-Cav reingeschaut. Also, die Level-Cat wäre bei 42. Und die Arena darin besitzt auch ganz interessante Pokémon, muss ich sagen. So, jetzt kommt Maschok. Darf habe ich ein bisschen Angst gerade tatsächlich, weil Fliegen dann nicht unbedingt ausreicht. Und Gesteinsattacke, je nachdem, können mich auch in der Luft treffen. Ich werde erstmal ein bisschen scouten. Schott, schuld. Was machst du? Jetzt bin ich gespannt. Überwurf, okay. Das kann ich auf jeden Fall noch ab. Ich werde jetzt Fliegen einsetzen. Und wenn du jetzt eine Gesteinsattacke einsetzt, dann bringe ich dich um. Definitiv, weil du um uns umgebaut hast wahrscheinlich. Ich setze jetzt auf Fliegen. Ich werde es jetzt riskieren, Leute. Franz macht das jetzt. Franz wird das hinkriegen. Ich vertraue, Franz. Wir sind ja auch schneller. Das ist doch sehr schön. Was macht er jetzt? Macht er noch einen Überwurf. Überrolle, okay. Aber es trifft mich hier um nicht, okay. Würde auch kein Schaden machen, eigentlich. Ja, Maschok wäre, glaube ich, auch gar nicht so gut das Team, weil er eigentlich nur Kampfattacken beherrscht. Vor allen Dingen nur das Level-Up. Da würde er wahrscheinlich auch nur Kampfattacken beherrschen können. Dann müssten wir ihm irgendwelche Thermos beibringen. Da würde kein Weg dran vorbeiführen. Reicht das denn wirklich zum One-Hit? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ne. Aber ein zweiter wird auf jeden Fall reichen. Ein zweiter One-Hit quasi. Was kommt denn jetzt? Mach mal ein bisschen Überroller, denn das macht dir doch Schaden tatsächlich. Obwohl... Ja, da kommt er. Aber der geht dann neben. Sehr schön. Wunderbar. Best-Case-Szenario. Jetzt werde ich nochmal eine Runde fliegen. Obwohl, eigentlich müsste auch ein Surfer ausreichen, oder? Reicht da ein Surfer da aus? Komm, dann kann ich mir eine Runde sparen. Dann will ich auch keinen Hagelsturm-Schaden mehr bekommen. Dann müsste es eigentlich auch ein Surfer ausreichen. Auch wenn er nicht sehr effektiv ist. Der ist neutral, aber trotzdem Step. Aber geht auf den speziellen Angriff. Ja, natürlich. Reicht er aus. Nature-Le-Mond reicht er aus. Und wieder ein bisschen schön heilen hier bei Franz. Wunderbar. So sehe ich es gerne, Jungs. So sehe ich das gerne. Hatschi! Ja, das hätte ich mir decken können, mein Freund. Das war definitiv kein normaler Ausruf. So, wir sind am Ende angekommen. Ja. Seh der Stärke sind wir schon. Endlich, Leute. Wir können jetzt auch ein paar Trainer machen unten. Und hier ist sogar noch einer. Okay, der fang ja auch direkt mit Shiro an. Da ist ja sogar noch ein Trainer. Wie gesagt, da unten sind noch ein paar Trainer. Das weiß ich. Das werde ich mir jetzt noch aufsparen. Die werden wir irgendwann später machen. Aber jetzt noch nicht, weil jetzt haben wir echt schon lange genug hier dran gesessen. Was gibt es denn? Ein Pokémon-Kampf? Ja, sowas soll es geben, angeblich. Davon habe ich mal in irgendeiner Form gehört. Vor allem, wenn du ein Astri-Lebis bist, musst du ja irgendwie davon gehört haben. Ich glaube, die Schlotter hat einfach die Knie, kann das sein? Okay, da wird Shiro auf jeden Fall nicht drin bleiben. Weil ich würde da kaum Schaden machen können, wahrscheinlich. Das glaube ich nicht. Oh, ich freue mich schon so auf Militares, Leute. Wenn man bedenkt, dass die Arena-Leiterin, eine Eis-Arena-Leiterin, auch ein Militares hat im Team. Ja, die hat richtig gehört. Wie auch immer das gehen soll. Ist da Franz sich drum kümmern? Wenn ich diese spezielle Attacke bekomme, ist das nicht so schön. Soll das Merk machen. Obwohl es ein epischer Kampf, wo es gerade gegen Roselia wäre, wäre auch ziemlich cool. Aber es würde sich auch ziemlich lang ziehen, glaube ich. Merk, mach du das einfach mal. Du kriegst das auch hin. Vor allem kriegst du es so kurz zum Level ab. Das wäre sehr schön praktisch. Wenn ich das noch bekommen würde. Verwurzelt, okay. Ob das jetzt so viel weiterhelfen wird, jetzt kannst du dem Hagelstrom-Schaden entgehen, klar. Aber es ist mir persönlich egal. Hätte ich sogar eigentlich auch in den Franz gehen können. Mit dem Fliegen müsste ich dich eigentlich one-hitten können. Theoretisch. Aber krieg ich immer so extra Schaden durch Hagelstrom? Das ist auch nicht so schön. Das ist auch nicht so schön. Wie einfach die ganzen Nährstoffe da mit in den Kopf reingehen. Habe ich gerade gesehen in der Animation. Funkensprung. Mach das Ding fertig. Gib die Funkensprung, Digga. So. Ach ja, es ist ja nicht sehr effektiv auf Pflanzen, ne? Hätte ich ja fast vergessen. Aber es reicht ja eh zum To-It. Nein. Okay, danke schön. Nicht treffen. Ist genauso schlimm wie die Hypnose. Auch die gleiche Volltreffer- Äh, Volltreffer-Chance. Sag ich schon. Die gleiche Chance zu treffen. Mit 55 Prozent. Lieber, lieber nicht. Babadam, bam, bam. Und diese Funkensprung würde ja auch reichen. Scheiße, auf Herr Wurzler. Ich bin froh, dass wir eigentlich diese Route abschließen können. Wie gesagt, die anderen Trainer, die da noch sind, die werden wir irgendwann später machen. Wenn ich mal Bock drauf habe. Und wenn wir irgendwas, ähm, wenn wir trainieren müssen. Ja genau, vor der Arena wahrscheinlich werden wir das machen. Aber ich möchte ja erstmal weiter in der Story kommen. Und das dauert mir hier jetzt so lange. Mann, Mann, Mann. Oh, ein Digga-Crit. So, das war's mit Roselia. Was hast du noch so? Du hast noch ein zweites Pokémon, glaube ich. Weitest du ein Level ab? Nicht ganz. Schade. Nicht ganz, nicht ganz. Weil die Roselia hier in den Hagel einzusetzen ist, ist auch sehr interessant. Was hast du sonst noch? Du hast einen Golking. Oh, das passt perfekt. Bam, bam. Obwohl. Ne, das ist eine versteckte Fähigkeit, die du haben kannst, ne? Ich hab immer so bei Gedanken an Golking die versteckte Fähigkeit im Kopf. Weil als versteckte Fähigkeit hat das Ding einen Blitzfänger. Und kann er mit allen Elektro-Tacken abfangen. Aber, wie gesagt, nur versteckte Fähigkeit. Die kannst du hier also nicht haben. Und das find ich immer so interessant. Wie kann so ein Fisch Blitzfänger haben? Hab ich mich immer gefragt, wie das gehen soll. Aber interessiert mich jetzt auch nicht. So, Golking ist jetzt auch nicht das Pokémon, was mich am meisten interessiert. Muss ich ehrlich sagen. Aber es interessiert mich brennend, dass ich jetzt ein Leather bekomme mit Merz. Das ist doch schön. Wunderbar. Dib-dib-dib. Und diese Wust, diese Wust, genau. Diese Wust sind geil. Die Werte-Wust, die Wust, also Wust quasi. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Dib-dib-dib. So. Wow, du bist ganz schön lebendig, wie? Das bin ich auch, meine Liebe. Ich bin ziemlich lebendig. So sind wir jetzt endlich am Ende. Hier scheint es am Ende zu sein. Das ist ein stärker Ufer, Leute. Neues Gebiet, neues Glück. Auch hier gibt es wieder ein neues Pokémon, wie ich sehe. Ich dachte eigentlich, das gehört noch zur Route 217. Okay, jetzt hab ich meine Liste gar nicht aufgerufen hier von einem ganzen Pokémon. Und es sind auch Galaktik gerufen, wie man schon gesehen hat. Und unser möglicher Enkauer ist Schneebedeck. Aber das haben wir ja schon. Das heißt, wir können jetzt hier die Düpsis aktivieren und ein neues Pokémon fangen. Was gibt's hier eigentlich? Hier gibt's noch Maschok. Das können wir noch fangen. Hier gibt's, glaube ich, auch Militaris direkt. Aber das müssen wir ja nicht fangen, weil wir ja schon ein Medity haben. Aber hier gibt's auch Sneevel, meine ich. Aber Sneevel sind jetzt auch nicht so gut. Klar, Sneevel sind coole Pokémon, muss ich ehrlich sagen. Aber für den Naslock jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Noctu gibt's aber auch hier. Okay. Ja, gut. Das liegt daran, dass wir hier nachts haben. Okay, dann ist das unser Encounter, denn ein Hut tut haben wir noch nicht, ne? Bin ich der Meinung. Na gut, dann nehmen wir Noctu. Weil ich jetzt aufpassen muss. Ich bin jetzt mit dem Pflanzen Pokémon draußen eigentlich. Aber eigentlich sollte ich ja eine Flugattacke überstehen können, oder? Ist ja nur ein Noctu eigentlich. Ich mach mir eine Stachelspur, weil das Noctu nehm ich einfach nur mit. Weil ich's kann. Stachelspur, yeah. Bam, bam. Was werfe ich da jetzt rein, am besten? Soll ich Tim reinwerfen? Oder Franz? Sehr schön, full parat. So ist nice. Ne, ich werfe mal Franz rein. Ich hab Noctu's Werte gar nicht mehr am Kopf. Ich hab vor allem vergessen, dass es das hier überhaupt gibt. Die tauchen hier nur nachts auf, Leute. Und ich nehm mir grad nachts auf, deswegen ist es mir hier erschienen. So ein bisschen Hageschirmschaden. Da muss ich aufpassen, wenn ich ein Pokémon fangen will hier. So, Franz kann reingehen. Und ich erstmal schwächen. So. Bam, 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 bam. Und zweimal full parat, okay. Du bist ein kleiner Pechvogel, kann das sein, Noctu? Ich glaube schon. Irgendwie ja. Bam, 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 bam. Ich seh auch gerade schon, ähm, die Galaktikerübel, wenn die da stehen, heißt das, wir können auch nicht zum Steakoufer. Das heißt, wir müssen eh erst die Arena machen. Aber es können auch gerne später kommen. So ein Surfer wirst du auf jeden Fall aushalten, mich der Meinung. Müsstest du eigentlich, weil du bist ein Level höher als ich. Aber locker, Gott. Was hast du für eine Spezialverteidigung, mein Freund? Das kann ich mir auf jeden Fall merken. Oh, ein Reflektor. Auch ein schöner Supporter hier. Uiuiui. Das kann ich mir merken, Leute. Wir haben hier ein weiteres Flugpokémon, vor allem ein defensives hier, wie ich hier sehen kann. Eine gute Spezialverteidigung plus Reflektor. Also, meine Herren. Nämlich gerne. So was kann man immer in der Nassauke brauchen. Pulkige Pokémon. Da freue ich mich. Naja. Ich hätte so gerne einen Maschock eigentlich mitgenommen. Ich hätte so gerne alle anderen Pokémon mitgenommen, die noch da gewesen wären. Gut, ich konnte die Tour jetzt nicht unbedingt. Gut, Felino haben wir damit auch verkackt, aber wir haben hier mittlerweile eins. Das ist ja auch schon auf der Box. Tja, mein Freund, der Reflektor funktioniert nur einmal. Aber jetzt bist du mittlerweile auch in der Range, wo ich dich fangen kann. Na gut. Der Part ist schon fast wieder vorbei, ne? Das ist ja Wahnsinn, Leute. So schnell keiner Part vorbeigeht. Wir haben eigentlich kaum was gemacht. Also, du musst mich an nichts erinnern. Können wir auch mal mit Finsterball werfen, wenn wir schon Nacht haben? Wenn wir schon Nacht haben, bitte, Leute. Wir wollen schon richtig grammatikalisch korrekt bleiben. Eins, zwei, drei und... Wunderbar! Klasse, Mann. Noctu wurde gefangen. Da freue ich mich. Wunderbar. So, Noctu ist da. Noctu, seine Augen sind etwas Besonderes. Sie können selbst bei schwächstem Licht alles erkennen. Gut. Du kriegst auch einen Schwitznamen? Ich habe vergessen, dass das hier ein anderes Gebiet ist. Deswegen habe ich jetzt die Liste nicht rausgeholt für heute. Habe ich jetzt Nein gedrückt, dich Idiot? Ich bin ein Blödkopf. Ich habe Nein gedrückt. Wow. Ich dachte, ich wäre mit dem Knopf auf dem A... Okay. Ich dachte, ich wäre auf dem A-Knopf gelandet. Ich habe hier gedrückt, das ist aufgesehen. Na gut, dann werden wir ihm später einen Namen geben. Geradeaus sehe der Stärke. Noctu machen wir später, Leute. Keine Sorge. Wir sind hier, damit die Arena drin von Blitzdach uns nicht stört. Ach, das ist ja auch interessant. Nachzustehen ist eine sehr wichtige Aufgabe. Ich werde die Sache sehr gut machen und mir ein Pipi verdienen. Wow, ein Pipi. Das will ja jeder haben. Wow. Na gut, na gut. Wenn wir hier schon nicht durchkommen können, um Fnupe auszuhelfen, müssen wir wohl weiter nach Blitzdach reisen. So habe ich die Befürchtung. Bum, bum, bum. Und Masha gibt es ja auch, wie ihr es schon sehen könnt. Es wäre unser nächster Encounter gewesen, wahrscheinlich. Na gut, na gut. Bum, bum, bum. Können wir von dir fliehen? Ich hoffe mal. Ich will hoffen. So, in diesem Part werden wir auf jeden Fall noch Blitzdach erreichen. Das ist jetzt mein Ziel. Komm schon, schneller. Weg hier. Wunderbar, Shiro. So. Und tief, Schnee, Hilfe. Wie sieht es da oben aus? Ich glaube, hier gab es sogar noch ein Item, ne? Ich meine schon. Ja, das nehme ich auch schnell mit. Nein. Ich möchte keinem Pokémon mehr begegnen. Komm schon. Oh, Schneebel. Genau. Das hätten wir auch noch mitnehmen können. Genau. Übrigens ist immer so ein Funfact zu Schneebel, der mir selbst aufgefallen ist. Ihr seht ja oben rechts dieses komische rote Ohr. Beim männlichen Schneebel ist es so ausgeprägt, wie ihr sehen könnt. Bei weiblichen ist es kleiner. Deutlich kleiner. Das ist mir damals mal so aufgefallen. Ja, ab hier gab es ja diesen... Oh, verdammt. Ab hier gab es ja damals diesen Dex-Inhalt, dass man hier den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Pokémon sehen konnte. Die gab es erst ab hier. Ab Sinnoh. Oh. Das hat weh. Wisst ihr was? Komm. Du kannst mich nicht one-hitten. Und flüchten, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht können. Ich mache jetzt eine Kraftwelle. Die wird auf jeden Fall auch ausreichen und auf jeden Fall auch treffen. Ich wollte nicht flüchten. Oh, egal. Ich habe es jetzt geschafft. Ist mir jetzt eigentlich auch egal. Eigentlich wollte ich jetzt das Nibel besiegen. Hätte sich auch gelohnt. Hyperball. Sehr cool. Na gut, weiter geht's. Und wir werden es jetzt mal schaffen, Leute. Wir kommen an... Warte mal kurz. Ich nehme ein anderes Pokémon nach vorne. Mehr hat es ja schneller. Dann können wir auf jeden Fall immer flüchten. So, komm schon. Wunderbar. Und auch hier nochmal durch. Wunderbar, Leute. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Das war der letzte Grasfleck. Und wir müssen jetzt da sein. Ich sehe schon ein Haus, Leute. Wir sind im Blitzach. Yay. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind im Blitzach angekommen. Und ich würde sagen, jetzt herrscht hier sogar kleiner fallender Schnee. Sehr schön. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wir könnten dann das komplette Blitzach hier. Und werden uns dann an die Arena wagen. Zwischendurch wahrscheinlich noch ein bisschen trainieren. Außerhalb vom Blitzach, wo wir noch keine Trainer besiegt hatten. Und sobald wir den Ohren haben, geht es auch zum See der Stärke, um ziemlich leichtlich aufzuhalten. Bis zum nächsten Part also. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.